Die Sonne versinkt und der Tag wird still und der Lärm kommt allmählich zur Ruhe. Was aufgewühlt war, wird ruhig und klar. Alles, was ich brauche, bist du vor. Die Spannung verklingt, was ist bloß passiert? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Vertrocknet und leer, du fehlst mir so sehr. Morgen werden wir weitersehen. Wie kann es sein, dass du Friedenheit verlasst und plötzlich irgendwie gar nichts verpasst? Wer hat die Welt auf den Kopf gestellt? Nichts geahnt und nichts geplant, überrascht und die Gefahr nicht erkannt. Und die Nacht bricht herein, tiefes Schwarz, das die Fragen verhüllt. Ein weißes Papier kariert Dina 4, ihr Ton erbaute langsam saugt. Was niemals sein darf, kann und wird nicht sein, gleich verständlich und so unendlich schwer. Vernunft ist versteckt, es gäbe ein Konzept, denn heut noch alles so wie vorgestern wär. Wie kann es sein, dass das Glück sich verkehrt und offenbar jede Lösung vermehrt? Lass uns die Sehne noch einmal lehnt. Mit viel Mut, alles wird gut, schlaf jetzt ein, ich würde gern bei dir sein. . Lass uns noch einmal lehnt. Was ist spät artificial aus. Z EXT Prächterei